Herzlich Willkommen, so schön, dass du eingeschaltet hast hier bei Eise-Schwarztal-Bodensee. Hey, gleich geht's los. Lass uns doch gern schon mal ein Like und ein Abo da und dann eine richtig inspirierende Zeit beim kommenden Video. So, ihr Lieben, schön, Dankeschön, wir freuen uns sehr auf die nächste Session und ich möchte gleich anfangen mit den Singles in den Raum, die vielleicht jetzt genervt sind von der Session oder sich denken, was hat das mit mir zu tun oder Paare, die hier drin sitzen und denken, naja, eigentlich ist es gerade nicht so mein Lieblingsthema, über meine Beziehung zu reden, weil es mich eher anstrengt oder die Paare, die sich einfach drauf freuen oder die frisch verliebt sind. Wer ist gerade verliebt im Raum? Wenn du verheiratet bist, sollst du dich melden bitte, weil sonst gibt's nachher, das Sehnsuche-Team ist hinten für euch bereit, wenn ein Partner, nochmal, wer ist verliebt im Raum, nochmal kurz melden, ja, ja. Wer ist verliebt und die andere weiß noch nichts davon? Also, alles gut, anderes Thema, anderes Thema. Also, wenn wir über Beziehung reden, ist uns ganz wichtig, das hat, wir reden heute Beispiele von der Ehe, aber in Gottes Reich geht es darum, dass wir neu denken lernen, neu fühlen lernen und dass wir auf eine andere Art Dinge angehen. Deswegen ist es nicht so, dass es im Reich Gottes zwei Klassen gibt. Es gibt die Singles und es gibt die Paare. Die Singles, die müssen halt noch ganz viel lernen, dass sie mal ganz irgendwann mal beziehungsfähig sind und irgendwann haben sie einen Partner und dann wird alles toll. Das hat nicht die Bibel erfunden, das hat Hollywood erfunden. Ganz im Gegenteil, jemand, der gesund sein Single lebt, von dem kann jemand, der verheiratet ist, mindestens so viel lernen, wie jemand, der gesund verheiratet ist, ein Single von jemand, der gesund verheiratet ist. Deswegen ist es ganz wichtig, zum Beispiel, nur weil du verheiratet bist, heißt es nicht, dass du zum Beispiel alleine mit Gott richtig gut Zeit verbringen kannst. Nur weil du Single bist, heißt es auch nicht, dass du es kannst, wenn wir ehrlich sind. Wir können davon weglaufen. Deswegen alles, was wir heute sagen, es sind nicht Themen, wenn du heute Single bist, sagst, ja, die will ich alle anwenden, die will ich alle tun, damit ich mal einen Partner kriege. Nein, das Ziel des Lebens, der Sinn des Lebens ist nicht, einen Partner zu finden, sondern Jesus ähnlicher zu werden. Partnerschaft und Beziehung sind eines der wichtigsten Katalysitoren in unserem Leben, um Jesus ähnlicher zu werden. Der schnellste Weg, Jesus ähnlicher zu werden, ist, wenn du dich auf Beziehungen einlässt, auf Freundschaften, auf Small Groups, auf Teams und eben auch auf eine Beziehung oder auch eine Ehe. Und es ist so, dass dahinter immer geht, ich will Jesus ähnlicher werden. Und das Grundproblem in unserem Land ist, dass wir schon etwas Hollywood verseucht sind. Wir denken, ich finde irgendwann einen Partner, dann gehe ich noch vor den Traualtar. Ja, mit Gottes Hilfe sage ich zwar, aber wenn wir eine Umfrage machen würden, die ganz, ganz ehrlich wäre im deutschen Christentum. Was heißt Gottes Hilfe in deiner Sexualität? Was heißt Gottes Hilfe in deiner Kommunikation? Was heißt Gottes Hilfe, wenn du deinem Partner an die Wand klatschen könntest und wegrennen willst? Was heißt Gottes Hilfe, wenn du nicht weiter weißt, weil du denkst, meine Ehe ist kaputt? Was heißt Gottes Hilfe, wenn ich frustriert bin? Was heißt, wenn ich verletzt bin? Was heißt, wenn ich gerade meinem Partner was nachtrage? Gottes Hilfe sagen wir vor dem Traualtar, aber leider ist das Beziehungs-Know-how Gottes noch nicht in der Breite des Leibes Christi angekommen. Egal, ob ich Single bin oder ob ich verheiratet bin, ist es das gleiche Ziel. Nur wenn ich in einer Beziehung bin, wird es exponentiell anstrengender. Als Single kann ich mich vor Dingen flüchten. Warum? Viele Leute kriegen was nicht mit. Wenn jemand dein Ehepartner bei dir ist, hast du dummerweise einen 24-Stunden-Spiegel vor dir. Und der ist sehr unangenehm. Der kriegt nämlich mit deine Kompromisse, jedenfalls viele davon. Der kriegt deine Abgründe mit, jedenfalls viele davon. Und vor dem kannst du nicht mehr performen. Also meine Frau ist nicht von der Bühne beeindruckt. 0,0. Mein Sohn ist nicht davon beeindruckt, was oft bei ihm passiert. Sondern er ist beeindruckt entweder von dem, was zu Hause passiert oder nicht. Deswegen hat Beziehungsfähigkeit mit meiner Gottesbeziehung immer zu tun. Meine geistige Reife hat viel damit zu tun, wie stark ich auf einer Beziehungsebene jemandem begegnen kann. Und das mache ich alles nicht, wenn ich Single bin, damit ich einen Partner kriege, sondern weil ich Jesus Christus ähnlicher werden werde. Und wenn ich Jesus Christus ähnlicher werde, werde ich beziehungsfähiger. Das geht gar nicht anders. Ich werde liebesfähiger. Dummerweise, wenn wir ganz tief ehrlich sind, sind wir aber liebesunfähig. Weil wenn wir uns ganz tief reingucken, sind wir bei den Menschen, die uns am nächsten sind, oft am lieblosesten. Wir behandeln die, die uns am nächsten sind in der Familie schlechter als den Arbeitskollegen vielleicht. Wir lassen unsere alte Natur freien Raum bei den Menschen, mit denen wir im besten Fall noch das Ehebett nachher teilen wollen. Und woanders reißen wir uns zusammen. Das heißt, Beziehungsfähigkeit ist etwas, was wir lernen wollen. Deswegen haben wir ein Bild für euch. Das gilt für die Ehe, aber es gilt auch für alle anderen Beziehungen. Aber ich mache es mal am Beispiel Ehe. Und zwar ist es das Ehehaus. Ich kann wunderbar zeichnen. In unserer Kirche ist der Running Gag. Unser Team hat alle Flipcharts verbrannt, damit ich nicht zeichne. Und die probieren immer sagen, dass das Design-Team das machen. Aber hier bei euch habe ich Freiheiten. Ihr kennt das noch nicht. Ich habe jetzt hier. So, das ist das Ehehaus. Und wenn es um Liebe geht, gibt es ein Fundament. Das Fundament ist, im Griechischen gibt es drei verschiedene Begriffe für Liebe. Ist Agape, das ist die bedingungslose Liebe. Das bedeutet, dass ich fähig werde, einen Bund einzugehen, einen Bund zu halten. Das ist in der Beziehung zu Gott schon so, dass ich sage, ich ist ein bedingungsloser Bund mit Gott. Viele Gläubige kommen nie an den bedingungslosen Punkt mit Gott hin. Sie sagen immer, solange Gott das tut, was ich will, bin ich mit ihm zusammen. Solange er mir das gibt, was ich will, bin ich mit ihm zusammen. Aber ein Bund heißt, ich bleibe mit Gott zusammen, komme, was wolle. Ich bin gehorsam, selbst wenn es mir keinen Spaß macht. Warum? Ich bin ein Bund. Und die bedingungslose Liebe ist die Voraussetzung, dass wir zwischenmenschlich Göttliches lernen. Das ist der Bund, den ich eingehe und wo ich beieinander bleibe, egal was kommt. Dann gibt es die freundschaftliche Liebe, die ist da im Alltag ganz wichtig, die Filio. Das ist das, was ich als Paar, als Freunde, wo ich Zeit brauche, wo ich investieren muss, werde ich gleich erklären, dass wir die freundschaftliche Liebe haben. Und dann gibt es in der Ehebeziehung noch die Eros-Liebe. Wir sollten auch spitz aufeinander sein, ganz wichtig. Hier oben habe ich es mal eingezeichnet, damit man das auch versteht. David, versteht mich jetzt wieder. Jetzt ist er wieder wach. Bei Spitz bist du wieder dabei. Sehr gut. Okay. So. Und jetzt ist bei diesem Ehehaus folgendermaßen. Epheser 5 sagt, die Ehe ist ein Geheimnis. Okay, es ist ein Geheimnis. Wo wir Gottes Hilfe brauchen, sie zu verstehen. Ein Geheimnis, wo wir das Wort Gottes aufschlagen müssen und verstehen, wie können sich Mann und Frau begegnen. Warum hat Gott so unterschiedlich geschaffen? Weil unterbewusst suchen wir immer jemanden, der so ähnlich ist wie wir. Und dann kriegen wir dummerweise einen Partner und der ist ganz anders als wir. Letztens hatten wir ein paar bei uns auf der Couch, da hat der Mann sich immer über die Frau aufgeregt, weil sie so wenig strukturiert ist und hat lauter Sachen aufgezählt. Und irgendwann habe ich ihn gebrochen und habe gesagt, darf ich dir ein kurzes Feedback geben? Du suchst einfach nach einer Frau, die aussieht wie du, nur mit Brüsten. Weil alles, was dir gerade wichtig ist, ist deine Persönlichkeit. Deine Frau ist schönerweise ganz anders. All deine Stärken hat sie nicht. Dafür hat sie lauter Stärken, die du nicht hast. Deswegen ist wichtig, sie zu begegnen, ist ein Geheimnis. Und in Sprüchen heißt es, dass wer so ein Haus baut, braucht Weisheit, Verständnis und Einsicht. Es sind drei Sachen, die in Sprüchen heißt, ich brauche Weisheit, Verständnis und Einsicht. Also Weisheit, Verständnis und Einsicht. Das wisst ihr auch, warum ich nicht schreiben und malen darf, weil man kann es auch nicht lesen. Schön ist, ich sage immer bei meiner Schriftart, ich lasse dem Heiligen Geist Raum, dass du interpretieren kannst, was du möchtest. Ich gebe dem Heiligen Geist halt Raum sogar in meinen Zeichnungen. Das ist eigentlich so. Man kann auch, vielleicht sieht ihr bei einer Rakete hier, ist es einfach so krass. Holy Spirit. Das ist eigentlich wie Sprachengebet in Schrift bei dir. Genau. Okay. Was bedeutet das mit Einsicht, mit Verstand? Einsicht bedeutet, es gibt keinen Uniabschluss in Beziehung. Warum? Du musst lebenslang lernen. Es gibt keinen Abschluss. Du kannst nicht sagen, jetzt habe ich alles gelernt. Jetzt habe ich alles von meiner Frau gelernt. Nee, es gibt es nicht. Es bleibt lebenslang. So ein Freund von mir hat mal gesagt, wenn du mit deiner Frau verstehen willst, ist es wie Hebräisch lernen. Ein Wort hat sieben Bedeutungen. Und wenn du denkst, du hast das Wort Bedeutung Nummer eins, kommt sieben bestanden, da kommt was Neues. Letztes Mal Situation, da waren wir unterwegs, da sagt die Frau zu mir, möchtest du gerne dort einen Kaffee trinken? Nö. Ich bin mal weitergefahren. Was sie eigentlich meinte ist, sie wollte dort einen Kaffee trinken und sie hätte es schön gefunden, wenn ich auf die Idee gekommen wäre, dass sie dort einen Kaffee trinken wollte und ich sie hätte eingeladen dorthin, was sie hätte wollte können. Also ich lerne immer noch. Wir brauchen den Verstand. Wir brauchen das Wort Gottes. Das Wort Gottes ist voller Beziehungstipps. Die meisten lesen sie nur nicht auf Ehe und Freundschaften. Eine achte den anderen höher als dich selbst. Eines der wichtigsten Grundlagen für eine Ehe. Aber auch für eine Freundschaft. Wer demütig ist, geht den ersten Schritt, lässt die Sonne nicht untergehen über den Streit. Das gilt für die Ehe. Das gilt aber auch für deine Freundschaft und so weiter. Okay, und es braucht Weisheit, wann ich was einsetze. Und deswegen ist es wichtig, dass wir eine Einstellung haben in unseren Freundschaften, in unseren Small Groups, in unseren Teams, in unserer Gottesbeziehung und in unseren Ehen, dass wir investieren in diese Beziehung und nicht denken, es läuft einfach so. Wenn ich mein Lebenshaus nichts investiere, schläft vor, die Grüße in einer Wohnung, nichts mehr investieren. Die wird verstauben, die wird hässlich, die wird verrotten, die wird einfach runtergehen, nur weil du nichts machst. Viele Paare machen einfach nichts und wundern sich, dass die Ehe scheiße wird. Viele Freundschaften verabreden sich nicht mehr als Freundin oder Freunde und wundern sich, dass wir uns nicht mehr so nah sind. Ich kann das Minimum tun, einfach so ein bisschen saugen. Oder ich sage, ich will, dass ich mich wohl will. Ich investiere in mein Ehehaus, in mein Lebenshaus, in mein Freundschaftshaus. Und Frauke, du hast Beispiele dabei, was heißen kann, zu investieren. Beispiele dabei, was heißen kann, zu investieren. Und ich habe einfach mal angefangen, mir so ein paar Dinge aufzuschreiben. Was würde ich sagen, wenn jemand mich fragt, Frauke, was hast du in den letzten 25 Jahren gelernt? Und ich habe euch einfach ein paar Dinge mitgebracht, die für mich wirkliche Gamechanger waren. Wir haben uns am Anfang unserer Ehe oft gestritten und sehr emotional auch. Ich habe die Türen geknallt und gesagt, ich bin weg. Und dann war ich draußen, weg, habe mir gedacht, scheiße, was mache ich jetzt? Muss ich irgendwie wieder zurückkommen? Und irgendwie so. Und ich habe gemerkt, dass es für mich ganz wichtig ist, dass ich tief in meinem Herzen glaube, und das ist mein erstes Learning und einer meiner wichtigsten Punkte, dass ich mich entscheide, wirklich zu glauben, dass der Tobi mich liebt und dass er es gut meint mit mir. Auch wenn wir im Streit sind und auch wenn wir genervt sind voneinander. Das ist einfach die Basis. Das ist die Entscheidung. Und manchmal, vor allem uns Frauen, fällt das manchmal ein bisschen schwer, wenn wir uns vielleicht selber nicht so lieb haben können, aus welchen Gründen auch immer. Aber das war für mich das Wichtigste. Einfach mich zu entscheiden. Zu glauben, dass er sich für mich entschieden hat und dass er mich liebt. Der zweite Punkt. Einer der absoluten. Ich habe mir überlegt, ob der der Erste ist oder der Zweite. Da bin ich mir noch nicht so ganz sicher. Aber wahrscheinlich der Erste eigentlich. Gut, egal. Also wichtig ist, was wir bei der Hochzeit versprechen. Dieses eine Wort. Ja mit Gottes Hilfe. Der Tobi hat es vorhin schon gesagt. Ich weiß nicht, wie du Gottes Hilfe in deinem Leben anwendest. Aber für mich ist das was ganz Praktisches. Wir waren in einer Situation, vielleicht ist das zehn Jahre her, da waren wir so im Streit und so festgefahren, dass wir beide nicht mehr weiter wussten. Wir waren so verzweifelt, saßen voreinander, hatten uns festgefahren, hatten uns gestritten, haben uns angeguckt. Keiner hat mir was gesagt. Und wir haben gedacht, jetzt kann man einfach gehen. Wir haben keine Hoffnung mehr. Wir hatten uns in irgendwas verrannt. Und dann ist uns Gott sei Dank eingefallen, dieser Satz, ja mit Gottes Hilfe. Und da haben wir gesagt, komm, wir sind jetzt einfach mal einen Moment still und fragen Gott, wie willst du uns jetzt hier raushelfen? Und dann waren wir beide still und ich saß auf dem einen Sessel, der Tobi auf dem anderen und plötzlich kam mir so ein ganz leiser Gedanke. Und das war, wie wenn der Heilige Geist zu mir sagt, Frauke, erinnere dich an das, woran du dich in den Tobi verliebt hast und sagt euch das gegenseitig. Und dann haben wir das einfach gemacht. Und das war richtig so, ja, also damals habe ich mich in dich verliebt, weil du so lustig bist. Und innerlich habe ich mir gedacht, manchmal ist mir auch ein bisschen viel mittlerweile das Lustige. Aber wir haben einfach angefangen. Es ging ja darum, dass du dich verliebt hast, nicht wie es heute ist. Genau. Und so haben wir uns gegenseitig, wie so Ping-Pong, einfach das erzählt. Ich habe mich in dich verliebt deswegen, ich habe mich in dich verliebt deswegen. Und es kam wieder, die Gefühle kamen wieder und auf einmal saß ich da und habe gedacht, was habe ich eigentlich für einen tollen Mann. Und so hat sich das entwickelt. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Ja, mit Gottes Hilfe, dass einer von euch sich daran erinnert in diesen Momenten. Oder verwende Ja, mit Gottes Hilfe in deinem eigenen Leben an. Wenn ich irgendwo anstehe, wenn ich merke, ich bin launisch, ich bin emotional zu Hause, dann ist es nicht was, was ich immer nur am Tobi auslasse, sondern dann suche ich mir Hilfe. Dann habe ich so Leute wie so ein Basti Hartmann, den kann ich dann anrufen und kann sagen, Basti, kannst du mir helfen? Ich muss mich irgendwie sortieren. Oder ich weiß nicht, wer das ist, den du in solchen Momenten dazu nimmst, dass einfach Gott wieder dich fokussieren kann und dir helfen kann, dass du an Dingen arbeitest, dass du nicht stehen bleibst. Oder wenn du in Momenten gefangen bist, wenn du, wenn du, vielleicht geht es dir manchmal so, da hast du keine Lust auf Sex, dass für die, die noch nicht verheiratet sind, manchmal ist das so, dass die Phasen so sind, dass man keine Lust hat, zu müde ist und so weiter. Nimmst du Gott damit rein? Der Tobi hat es vorhin schon gesagt, Gott kann in jeder Situation Lösungen schenken. Und wir sagen ja mit Gottes Hilfe, indem wir beide in unser geistliches Leben investieren. Wir beten zusammen, nicht jeden Tag, nicht ganz regelmäßig, aber es ist uns wichtig. Wir feiern zusammen das Abendmahl, wir hören zusammen Worship-Songs. Manchmal, wenn es schwer ist miteinander, dann machen wir einfach Waymaker an oder House of Miracles und dann stehen wir da und haben uns im Arm das ganze Lied über und sagen, doch, wir singen das über unser Leben, dass Jesus derjenige ist, der den Weg macht und der, wo wir nicht mehr weiterkommen, er Lösungen schenkt. Und ja, mit Gottes Hilfe heißt, wir können uns vergeben. Ich will diejenige sein, die als erstes um Vergebung bittet, wenn ich irgendwas gemacht habe. Und das ist manchmal nicht leicht, aber wir haben das Motto von Anfang an unserer Ehe, lass die Sonne nicht über deinem Zorn untergehen. Und das ist was. Manchmal ist es wirklich die letzten zwei Minuten vorm Einschlafen, dass man sagt, ich muss dir das noch sagen oder lass uns noch beten, lass uns das noch klären. Und ich hoffe, du merkst das. Wenn du jetzt nicht hier bist und verheiratet bist oder in einer Liebesbeziehung bist, dann kannst du das auch alles nehmen für deine Freundschaften. Versuch einfach den Transfer, was das für dich bedeutet, in das geistliche Leben zu investieren, ja, mit Gottes Hilfe anzuwenden. Je besser du das schon als Singie kannst, umso einfacher ist es in der Ehe, das kann ich dir sagen. Der dritte Punkt wäre, unsere Date-Zeiten sind uns heilig. Wir haben seit 25 Jahren jede Woche mindestens ein Date. Und das haben wir seit unser Sohn im Kindergarten war, vormittags, einmal in der Woche, weil wir dann einen Babysitter schon hatten mit dem Kindergarten. Oder abends, es ist egal. Aber wir lassen, nichts, was kommt, kann dieses Date stören. Und wir sind abwechselnd zuständig. Eine Woche bin ich zuständig, nächste Woche ist der Tobi zuständig. Und so wechseln wir uns immer wieder ab. Und in den Zeiten schauen wir, dass unsere körperliche, seelische und geistliche Liebe wächst. Für alles ist Zeit. Und wenn du denkst, das passiert von alleine, dann muss ich dich hier enttäuschen. Du musst investieren. Ihr habt so ein wunderbares Motto. Wie heißt es nicht? Keep the fire burning. Never lose my fire. Weißt du, wie du das Feuer nicht verlierst in der Ehe? Wenn das Feuer an ist, indem du Holz nachlegst. Und das kann Unterschiedliches bedeuten. Wir unternehmen was. Wir nehmen uns Zeit. Und gestern haben wir so eine Übung gemacht für unser Herz. Da war der Tobi zuständig gestern Morgen. Und es ist einfach, es lohnt sich, da zu investieren. Und am Anfang habe ich oft gedacht, ich bin so müde. Ich habe jetzt keine Kraft, keine Lust. Aber ich wusste, wenn ich mich mit einer Freundin verabredet hätte, hätte ich nur schnell ein Espresso getrunken, damit ich dann fit bin, wenn ich mich mit ihr treffe. Warum nicht mit meinem Mann? Warum muss ich mit meinem Mann in der Jogginghose auf der Couch rumflacken und denken, gut, jetzt treffen wir uns halt, weil wir sowieso irgendwie jeden Tag zusammen sind. Nein. Ein Date heißt, es ist mir wichtig, dass ich investiere und dass ich das Beste gebe. Der Tobi hat eine Zeit lang, wenn wir vor unserem Date, als wir uns noch abends verabredet hatten, kam er von der Arbeit so gestresst nach Hause. Und dann hat er gesagt, bevor er sich mit mir trifft, geht er noch ins Fitnessstudio, powert sich aus und ist dann fresh, wenn er nach Hause kommt und lässt einfach die Dinge hinter sich. Gut, also ich könnte noch alle möglichen Dinge sagen. Habt Spaß miteinander, genießt das Leben, das ist ganz wichtig. Aber einfach jetzt der Zeit wegen meiner letzten zwei Punkte. Ich habe mich entschieden, dass wir gemeinsam alt werden. Und ich hatte, ich könnte euch noch ein Bild zeigen, hatte der Tobi auch noch viele Haare. Und irgendwann gehen die aus. Aber ich danke dem Tobi, dass er auf meinen verschrumpelten Bauch guckt, der nicht mehr so knackig und glatt ist wie früher, da aber unser Sohn drin war und er mit mir alt wird. Und wir uns nicht aufhören, uns mit den Augen zu sehen, die tiefer gehen als vielleicht die äußere Hülle. Und mein letzter Punkt ist ein ganz kurzer Punkt, aber eine wichtigste Entscheidung, glaube ich, die du treffen kannst in deiner Ehe. Ich habe mich für den Tobi entschieden, für den Rest meines Lebens und dabei bleibt es. So viel mal von mir. Wundervoll. Dann kommen wir jetzt zu unserer Frage-Antwort. Dafür würde ich euch gerne im Mittelpunkt rücken. Ja, das ist prima. Jetzt ich zum Tobi. Und, boah, ist schon so viel einfach dabei. Wenn man mitgeschrieben hat, boah, da kann man echt mal schon ein halbes Jahr üben. Richtig gut. Und wir lieben das auch so sehr, wie echt ihr seid. Und das Authentische. Aber auch das Relevante, dass man keine, ihr gebt einfach keine Antworten auf Fragen, die eh keiner stellt, sondern es sind Dinge, die uns alle beschäftigen. Und wir würden hier mal gerne starten mit einer Frage, und zwar, wie geht ihr mit Unterschieden um? Und besonders gab es da mal ein Vorher und ein Nachher. So eine Zeit, wo der eine den anderen anpassen wollte. Und was war das dann für ein Moment, wo das plötzlich anders wurde und man Ergänzungen gefeiert hat? Also wir sind Seelenverwandt, wir sind so ähnlich, wir haben eigentlich gar keine Unterschiede. Wir verstehen, nein, das ist Hollywood-Schwachsinn, Seelenverwandtschaft. Warum? Du hast Hormone, du verliebst dich, das ist der Klassiker, deine Freundin erzählt dir, wir sind uns so ähnlich, ich habe den perfekten Partner gefunden. Dann redest du mit dir ein halbes Jahr später, sagt er, wir sind so unterschiedlich, ich weiß gar nicht, wie ich auf die Idee kam, mich in den zu verlieben. Es ist Gottes Gnade, Hormone, die machen dich bescheuert und ein bisschen bekifft, dass du ernsthaft denkst, ihr seid ähnlich. Dann geht ihr in die Beziehung und du merkst, ach du liebes Lieschen, wir sind überhaupt nicht ähnlich. Und das ist vollkommen normal. Und jetzt gibt es die wichtige Rolle, dass es gibt einen Schöpfer, das ist der Töpfer und du bist Ton und du bist geschöpft und nicht Töpfer. Aber was die meisten Paare haben, die Töpfern aneinander rum. Die wollen den anderen ummodulieren, obwohl Gott ihn auf eine Art geschaffen hat. Ich meine damit nicht Feedback, das ist wichtig. Ich meine die Persönlichkeit. Gott hat den anderen als Persönlichkeit Geschenk für dich gemacht, als Ergänzung, aber wir sind die Gefahr, den anderen verändern zu wollen. Das ist ständig so. Das sind Dinge, wo du Mangel hast in der Beziehung. Jeder hat irgendwo Mangel. Also Frauke zum Beispiel, Thema in den ersten Jahren, Kavalier zum Beispiel. Ja? Hast du mir so erzählt? Denn der Arbeit gibt es ja so einen, den Kollegen, der hält ja immer die Tür auf. Und der bestellt auch immer beim Essen für alle. Da habe ich gedacht, ja, schön für ihn. Aber er hat, Tobi hat es dann probiert. Aber ich, das ist wie, wenn du laufen lernst. Das sieht nicht anatomisch schön aus. Das heißt, wenn es was ist, was ich vorher schon gut gekonnt hätte, ja, und das ist bei Paaren oft das Problem. Du hast ja den Anspruch, dass der andere es gleich perfekt kann. Wahrscheinlich, weil meine Frau ist so aufmerksam, die ist wie, hat diese Fähigkeit, die sieht alles, die sieht Details. Die weiß es gefühlt vorher, bevor ich es weiß. So, und jetzt, wenn ich mir jetzt Mühe gebe, das zu sprechen, dann lerne ich laufen und dann bin ich so staxig wie ein kleines Kind. Wenn ich jetzt den Anspruch an anderen hat, er soll es gleich perfekt machen, ist schwierig. Das heißt, es reicht aus, dass ich mich bemühe. Das hört sich blöd an. Ich war mal Lehrer, da stand, er hat sich bemüht. Das heißt, ich bemühe mich jetzt, Gentleman zu werden, aber ich werde nicht so werden. Ich werde kleine Schritte gehen, aber das ist mein Liebesdienst. Was willst du sagen? Also, was mir total geholfen hat, ist mal, wenn du die ersten Seiten in der Bibel liest und da kommt dann dieser schöne Moment, wo Gott aus dem Adam die Eva macht und sagt, ich werde dir einige Hilfen schaffen, die zu dir passt. Und dann habe ich mich immer gefragt, was heißt eigentlich, dieses Wort Gehilfin und im Hebräischen, im Urtext kann dieses Wort Gehilfin auch übersetzt werden mit Kontrast. Und das hat mir so geholfen, dass Gott uns so gemacht hat, dass wir perfekt zusammenpassen, eigentlich, wenn wir es schaffen, ein Team zu sein und wenn wir die Unterschiede umarmen und wenn nicht ich versuche, so sein zu müssen wie der Tobi, du bist so strategisch und so schlau, ich habe zum Beispiel gesagt, ich habe keine Idee für den Input jetzt vorhin und dann hat Tobi gesagt, gut, ich mache ihn alleine und wenn dir noch eine Idee kommt, dann machst du noch was. Ich darf einfach so sein. Die Idee kam halt auf den Weg hierher, ich kenne ja meine Frau, die kam dann vom, heute Morgen der Session, das heißt, ich habe schon Zeit eingeplant, weil ich wusste, sie hat dann schon noch Ideen, aber so ist Ergänzung. So stark von euch zu hören, wirklich. Eine Frage, die wurde hier ganz hoch gerankt auch, wie streitet man richtig und mir ist einfach auch so ein Zitat aus eurem Buch eingefallen, wo es heißt, wie man lacht, wenn es kracht und das würde mich voll mal interessieren, wie macht ihr das? Also das ist zum Beispiel jetzt auch so eine Ergänzung, meistens fängt der Tobi an zu antworten, weil ich währenddessen dann noch Zeit habe zu überlegen. Ich brauche das Warm-up und du schießt die Tore, ja genau. Also, also wie streitet man richtig? Ich würde sagen, wir wollen ja Jesus-ähnlicher werden, das heißt, das bedeutet weder, dass ich die Dinge nicht anspreche und runterschlucke, das bedeutet weder, dass ich nicht meine Emotionen lerne, auch auszudrücken und Emotionen auch mal zuzulassen und damit auch zu leben und nicht immer sagen, Emotionen müssen weg und gleichzeitig darin zu lernen, was ist denn das Destruktive an meinem Streittyp und was ist auch das Gute? Das Destruktive an meinem Streittyp, ich bin so ein Staatsanwalt, das heißt, ich habe immer gute Argumente und ich bleibe einfach relativ ruhig, aber ich kann mein Gegenüber so richtig an die Wand argumentieren und gewinnen. Meine Frau ist eher so der Typ Atombombe in meiner Wahrnehmung, das heißt, sie kann kurz zuhören, aber der Knopf ist nicht weit entfernt, wo sie den drücken kann und dann gibt es Tote, so ungefähr, emotional. Es ist nichts besser und nichts schlechter, es ist nur das Problem, dass ich gewinnen will und dass sie mit den Emotionen gewinnen will und wenn wir im Streit gewinnen wollen, gibt es immer einen Gewinner und Verlierer, aber ich will ja gar nicht gewinnen, meine Seele schreit nach Versöhnung. Das heißt, zu lernen, was ist mein Reflex und was lasse ich raus und was nicht, ist viel wichtiger, mal zu sagen, man macht Stopp, man macht meine Zeit alleine, man geht joggen, was auch immer und man redet erst mal mit Jesus den ganzen Scheiß durch und beschwert sich, der hat damit kein Problem, du kannst Klage- und Rache-Psalme über deinen Partner formulieren, musst du aber nicht immer auf der Ebene machen, sondern dafür gibt es das Golgatha, das Kreuz, die Müllhalde für deine Sünde, dahin gehen und dann wieder sich begegnen und zu lernen, ich muss nicht alles sagen, ich muss nicht alles argumentieren, ich muss aber auch nicht immer emotional dagegen schießen. Da muss ein Vertrauen wachsen, dass der andere mich hört und das Problem ist, dass wir uns gegenseitig nicht vertrauen, wir fühlen uns nicht gehört, also gehen wir extremer in unsere Art. Wenn ich mich nicht gehört habe, werde ich noch mehr argumentieren und vielleicht krasser, als ich es eigentlich will. Wenn du dich nicht gehört fühlst, bist du in der Gefahr, zu emotional zu werden und Sachen auszusprechen, die du später bereust. Was ist das Problem? Beide fühlen sich nicht gehört. Das hast du aber auch in der Kirche, jemand kommt zu dir und sagt, Pastor, ich habe Feedback für dich und das denke nicht nur ich, das denken übrigens ganz, ganz viele. Was macht die Person? Sie hat Angst, dass ich sie nicht ernst nehme. Deswegen brauche ich jetzt einen Verstärker, anstatt zu sagen, es reicht nicht schon, dass ich mich so fühle. Und Respekt heißt, im Streit, ich will dich verstehen und ich will nicht gewinnen. Das ist eine andere Einstellung im Reich Gottes und das ist ein Training. Also ich finde noch, eine wichtige Sache ist, nicht zu interpretieren, sondern nachzufragen. Wir haben so viele Situationen, wo ich denke, wenn ich das sagen würde, was der Tobi gesagt hat, dann würde es das und das bedeuten, aber es bedeutet aus seinem Mund was ganz anderes. Also nicht interpretieren, sondern nachfragen. Habe ich dich richtig verstanden, dass du damit sagen wolltest, das Essen schmeckt dir nicht, was weiß ich. Also, nee, das wollte ich gar nicht sagen. Ich wollte nur sagen, wir müssten mal wieder Pfeffer kaufen. whatever. Das ist ganz wichtig. Oder wenn ich so emotional austicken würde, in meiner Wahrnehmung wie meine Frau, dann können wir uns gleich scheiden lassen. Ja. Also wenn der Staatsanwalt so emotional werden würde, dann ist alles vorbei. Aber wenn meine Frau so argumentativ wäre, auch nicht gut. Vielleicht noch eine Sache, weil was ich liebe an euch, ich habe so viele Kinder gesehen hier auch überall rum und das heißt, es sind wahrscheinlich viele Ehepaare hier, die Kinder haben oder die kleine Kinder haben und das hat uns total geholfen. Tobi hat das vorhin schon gesagt, dass man nicht im Verborgenen streitet. Meine Eltern haben viel hinter verschlossener Tür gestritten und ich habe immer mein Leben lang gedacht, meine Eltern streiten sich eigentlich nie. Aber wir haben irgendwann gemerkt, es hilft uns, wenn wir unseren Sohn auf eine natürliche Art mit dazu nehmen. Der saß da manchmal da und man hat schon gemerkt, es ist natürlich ihm sehr unangenehm, wenn wir uns streiten. Das ist auch so, das ist für Kinder die schlimmste Angst, dass Eltern sich irgendwann trennen könnten und was uns mal jemand beigebracht hat und das haben wir uns angewöhnt, dass derjenige von uns, der es zuerst geschafft hat, mitten in dem Streit, wir sind im Streit und unser Sohn saß vielleicht da, einfach kurz zu ihm zu gucken und zu sagen, Benedikt, wir müssen uns jetzt kurz streiten, das gehört dazu. Einfach, dass du weißt, Mama und Papa haben sich grundsätzlich irgendwo ganz tief drin blieb. Aber, aber das gehört dazu. Und dann haben wir weiter diskutiert und das Schöne war, dass er eben, das hast du vorhin auch gesagt, auch gelernt hat, wie man sich wieder versöhnt und wie man sich wieder verträgt. Und einmal weiß ich noch, da hatten wir einen Familienabend und sind dann unterwegs gewesen, wir hatten uns wegen irgendwas in die Haare gekriegt und sind dann die Rolltreppe von der U-Bahn hoch und dann war es so, ja, okay, ist jetzt wieder gut, haben dann zum Bene gesagt, ist jetzt alles wieder gut und dann hat er gesagt, nein, ihr habt euch noch nicht die Hand gegeben, ihr habt euch noch nicht umarmt, noch nicht wieder vertragen. Das ist die offene Tür, wir machen das auch mit unseren engen Teams so, die kriegen auch mit, wenn wir streiten, weil das finde ich auch sehr komisch, wenn ich nie mitkriege, dass Leiter streiten, dann denke ich immer, das sind halt die perfekten Pastoren, die sind holy moly, die haben noch nie gestritten, die weiß gar nicht, wie Streit schreibt, die sind einfach immer am Beten. Das heißt, unser Team kriegt uns ja mit, deswegen gehen wir auch mit Leuten in Urlaub und die kriegen mit, wie es dann die Atombombe kommt und wie der Staatsanwalt anfängt und die geistlichen Kinder sitzen auch am Tisch und danach, das ist natürlich demütigend für dich, weil du da gar nicht perfekt darstellst, aber das ist real life, real life is that's it, das ist nicht anders und dann sagen sie immer danach, boah, das hat uns so geholfen, ich sage, ja danke, mir hat es jetzt nicht geholfen, aber schön, dass es euch geholfen hat, das ist wichtig, ja. So stark, ja, ich erkenne mich in vielem. Ja? Ich wollte gerade schon sagen, Martin, hast du gut zugehört, ja. Aber ich konnte keine Notizen machen. Ach so, schade, ja. David schickt dir seine. Wir haben hier eine weitere Frage, die sehr beliebt war und zwar, wie bereite ich mich als Single am besten auf die Ehe vor. Ich würde sagen, ich würde dieses Grundstil, was ich vorhin gemeint habe, als meinen Lebensstil definieren, ich will Jesus Christus ähnlicher werden und ich möchte Beziehungen, Freundschaften und Kirche dafür nutzen, das zu lernen und nicht wegrennen. Was heißt das? Das fängt in der Small Group an, wo die fünf Nasen mich einfach anstrengen da, oder andere Persönlichkeitstypen, sondern ich will mit Gottes Hilfe lernen, verschiedene Persönlichkeitstypen zu begegnen, dem anderen Geschlecht zu begegnen. Ich möchte lernen, dass ich subjektive Wahrheiten habe, wie kommuniziere ich, wie ich Konflikte löse und ich möchte einfach lernen. Das will ich aber nicht in erster Linie, weil ich einen Partner will, das will ich in erster Linie, weil Jesus sagt, das ist das erfüllte Leben, wenn ich lerne, in Beziehungen zu bleiben. Und wir sind leider im deutschsprachigen Christentum nicht dafür bekannt, dass wir lange in Beziehungen bleiben. Das bedeutet, weder in Kirchen, die wechseln wir, wenn wir Konflikte haben, wir rennen davor weg, wir ändern die Groups, die Teams und so weiter. Wenn es anstrengend wird, jetzt sind wir zumindest in der Gefahr, das zu tun. Und wenn ich mit dem stelle und da tiefer reingehe, lerne ich enorm viel. Und deswegen zum Beispiel unsere Singles-Community nutzt immer die Amore-Experience eigentlich erstmal komisch. Die schauen die Sessions an und machen Reflexionsfragen für einen Jesus-Lifestyle. Die schauen zum Beispiel das Thema Kommunikation an und überlegen einfach, was heißt es für mich, wenn ich ein Team leite? Was heißt es, wenn ich verschiedene Nationen leite? Was heißt es, wenn ich Männer und Frauen leite? Wie kann ich Kommunikation trainieren? Aber das alles wiederum ist die Frucht, ist eine Beziehungsfähigkeit grundsätzlich und andersrum, es ist ja nicht so, dass sich nur Paare finden, die beziehungsfähig sind. Habe ich vorhin schon gesagt. Ganz im Gegenteil. Manchmal ist es Gnade und manchmal ist es nicht Gnade, dass man sich so schnell verliebt. Weil dann müssen wir es halt zusammen lernen. Es ist aber kein Weg besser. Wir wollen grundsätzlich Jesus-ähnlicher werden. Wir wollen grundsätzlich beziehungsfähig und liebesfähiger werden. Und das ist ein guter Ansatz, finde ich. Vielleicht noch eine kurze Ergänzung, weil wir hatten mal eine Serie bei uns und da fand ich, das war so ein schlauer Titel. Das war nicht Wie finde ich den Traumpartner, sondern Wie werde ich zum Traumpartner? Der einfach zu überlegen, was ist einfach was, wie ich in mich investieren kann, dass ich die drei wichtigsten Ziele des Lebens umsetze, nämlich Gott lieben, mich selbst lieben und den anderen lieben. Und das gilt jetzt wieder, wenn du verheiratet bist. Gleiche Challenge, gell? Weil ehrlich, wir sind keine Traumpartner, oder? Ich meine, ich will jetzt hier keinem zu nahe treten. Wir sind keine Traumpartner. Ganz im Gegenteil. Aus uns kommen Dinge raus, auf die wir fast erschrecken, wenn wir uns nahe kommen. Aber mit Gottes Hilfe will ich immer mehr, obwohl ich schon verheiratet bin, zum Traumpartner werden. Das ist Jesus-ähnlicher werden und nicht sich gehen lassen und sagen, ja, jetzt habe ich halt jemanden auf meiner Sofa hocken mit Jogginganzug, reicht doch so. So gut, wie bereite ich mich auf die Ehe vor? Eine Frage, die vielleicht ganz gut in Anschluss hier reinpasst. Mir ist aufgefallen, drei Fragen gehen in die gleiche Richtung. Was tue ich, wenn ich mich in einen Partner, in einen Menschen verliebe, der noch nicht Christ ist? Oder eine Frage war, wie bringe ich meinen Partner zum Glauben, einen lebendigen Glauben zu Christus? Und was würdet ihr darauf antworten? Genau. Also wenn ich schon in einer Beziehung bin mit einem nichtgläubigen Partner oder ihn kennenlerne, kriege ich relativ schnell ein Feedback über meinen Lifestyle. Lass uns mal über etwas ganz Tiefes reden, was jetzt ein bisschen unangenehm ist. Das heißt, wenn ich dir begegne in deinem Alltag, begegne ich da Jesus oder begegne ich Kompromissen? Begegne ich dem Licht und dem Salz oder begegne ich was anderen? Jesus sagt, wir sind Salz. Das bedeutet, wenn jemand mit uns in Begegnung kommt, sollte er danach Durst nach Gott haben. So, wenn ich jetzt aber einen Kompromiss-Lifestyle gerade lebe und denke, dass Beziehung mich erfüllt und ich deswegen in einer Beziehung bin und ständig Kompromisse mache, wird mein Partner das einfach nur spiegeln. Deswegen kann ich dir jetzt gar nicht so genau sagen, was in deinem speziellen Fall ist, sondern es ist einfach ein Feedback. Nicht dich anzuklagen, gar nicht zu sagen, Jesus, krass, ich bin in einer Liebesbeziehung und offensichtlich färbst du nicht ab. Wie geht das? Du bist in mir? Wo lebe ich in Kompromissen? Warum? Eine junge Frau, die hat mich sehr inspiriert, die ist als Teenager zusammengekommen mit ihrem Freund, der war Atheist und dann hat er gesagt, ja, ich finde alles gut an dir, bis auf diesen Jesus-Schnick-Schnack. Dann hat sie gesagt, hör mal zu, gut Junge, Junge, hör mal kurz zu. Also das, was du faszinierst an mir bist, ist Jesus Christus, der lebt in mir. Du kannst mich nicht leben ohne Jesus, deswegen solltest du dringend diese Beziehung nutzen, um ihn kennenzulernen, weil du kannst mich nicht haben ohne Jesus. Das war eine sehr selbstbewusste junge Frau, aber das ist theoretisch das, was Gott durch dich machen möchte. So, wenn du da nicht bist, dann streck dich danach aus. Streck dich danach aus, mit Gott zu leben. Und das sind hier Single und Paar, das ist genauso, ich wünsche mir das ja in meinem Arbeitsumfeld, in meinem Gym, ich wünsche mir, dass das so ist. Das ist aber nicht immer so. Was mir auch total hilft, ist, dass Gott uns ja nicht als Einzelkämpfer-Christen geschaffen hat, sondern in Gemeinschaft und sagt das so, wo zwei oder drei zusammen sind in meinem Namen, da bin ich mitten unter ihnen und ich liebe das. Deswegen auch treffe ich mich ja alle zwei Wochen mit der Sarah und noch mit jemandem ganz früh morgens um sechs zum Beten, weil mir das hilft, dass wir nicht alleine sind. Und wenn du jetzt eine Frau bist oder ein Mann und in jemanden verliebt bist, oder die Jesus noch nicht kennt oder dein Ehepartner ist, dann tut euch zusammen im Gebet. Vielleicht hast du noch eine andere Freundin oder ihr trefft euch in der Church, betet dafür, dass ihr jemanden findet, mit dem ihr zusammen einstehen könnt dafür. Das lohnt sich so sehr, wenn man dann, also ich kann euch Geschichten über Geschichten erzählen, wie bei uns in der Church wirklich man gesehen hat, wie Gott an Menschen wirkt, für die gebetet wird. Unterschätzt nicht die Kraft von Gebet und manchmal schafft man das alleine nicht, aber dann tut euch zusammen. Sagt, ihr trefft euch einmal die Woche, morgens um sechs zum Beten für eure nicht christlichen Partner und das verspreche ich dir, das wird einen Unterschied machen. Ja und als Erzählung noch, also weil das Thema Verliebtsein ist, verlieben kannst du dich in deinem Leben erschreckenderweise relativ oft. Ich kann mich auch jetzt verlieben, einfach eine andere Frau. Verliebtsein ist aber nicht Liebe. Liebe ist eine Entscheidung, die ich treffe und wo ich mit Gottes Hilfe durchgehe und deswegen ist so wichtig, auf was schaue ich. Die Bibel sagt, in einer gesunden Ehe ordnen sich Mann und Frau gegenseitig unter. Deswegen geht es in einer gesunden Ehe um Leadership. Klar, Verliebtsein ist wichtig, Anziehung ist wichtig, die kommt aber und die geht. Was ich mir anschauen möchte, möchte ich mich gegenseitig unterordnen. Was hat der anderen für ein Herz, für einen Charakter? An welchen Gott glaubt der eigentlich? Möchte ich mich unter diese Leiterschaft begegnen? Wo leitet mich die Person hin, wenn ich unter diese Leiterschaft gehe? Fühlt sie mich zu Gott? Fühlt sie mich in eine Stimmung? Fühlt sie mich weg? Und das gegenseitig. Und das wird oft unterschätzt. Also nur weil ich jemanden sexy finde, da findest du drei Jahre jemanden Neues sexy. Also das ist keine Kunst, das ist einfach, das passiert hormonell. Aber Leadership ist das A und O. Will ich unter diese Leiterschaft, in dem Beispiel, und ich habe gesehen, meine Frau, sie liebt Jesus, sie ist absolut gehorsam, egal was Gott ihr sagt, sie will es tun, sie ist lernbereit, sie ist offen für Feedback und sie ist authentisch. Und dann wusste ich, unter die Leiterschaft gehe ich. Wird sie Fehler machen? Ja. So what? Dann gehen wir halt ans Kreuz. Werden wir versagen? Ja. So what? Dann gehen wir einfach gemeinsam zu Jesus. Und das ist etwas, was viel wichtiger als verliebt sein ist, weil das kann kommen und gehen in deinem Leben. Hammer. Wow. So gut. Wenn es recht ist, würde ich sagen, nehmen wir uns noch Zeit für eine Frage, für eine letzte Runde und ich kombiniere einfach mal alle anderen Fragen. Ja, mach das. Wir antworten ja sehr kurz, finde ich eigentlich. Frauke, du hast gerade auch die Kraft von Gebet angesprochen und eine Frage ist auch, wie lernt man als Paar zu beten, auch konstant miteinander zu beten, diese Gewohnheit zu formen. Eine andere Frage, die ich da in Kombi reinbringen möchte, ist, wie wichtig sind gemeinsame Hobbys? Und vielleicht zum Abschluss, weil so viele Fragen da sind, welche ein, zwei Bücher würdet ihr empfehlen? Dürfen gerne eure eigenen sein. Also erst mal, wie lernt man gemeinsam beten und wie wichtig sind Hobbys, gemeinsame Hobbys? Also erst mal brauchen wir die gemeinsame Demut, dass mein Zugang nicht besser ist als ihrer und sie betet tendenziell anders als ich und ich lese anders Bibel als sie. Und viele Paare sind frustriert, weil du sie dann nicht so liest wie ich und nicht so betet wie ich. Das ist ein Geschenk. Das heißt, ich sage einfach, ich möchte durch die Art und Weise, wie Frauke Zugang zu Gott hat, Neues bei Gott entdecken und sie darf durch die Art und Weise, wie ich mit Gott unterwegs bin, auch Neues entdecken. Wir urteilen und richten nur ganz schnell, was ist besser und was ist schlechter und was ist denn die wahre Bibel lese und was sind das wahre Beten. Ja, kurze Gebete sind manchmal genauso gut wie lange Gebete zum Beispiel. Warum nicht? Dann lerne ich jetzt auch mal kurz zu beten oder auch mal lang zu beten und deswegen darauf einlassen finde ich wichtig und tendenziell habe ich von meiner Frau sehr viel gelernt. Ich habe gemerkt, dass es bei mir ein Schwachpunkt ist, also habe ich gesagt, ich möchte ein Trainee sein von Gebet bei meiner Frau und von ihr lernen, wie ich mehr beten kann. Und so kann sie ein Trainee von mir sein, in Gaben, die Gott mir gegeben hat und das ist in jeder Beziehung auch ein bisschen anders, was das bedeuten kann. Also ich glaube auch, dass es nicht die eine richtige Variante gibt. Wir sind auch nicht die Typen, die immer alles gleich machen und wir brauchen überall Abwechslung, auch zu Hause. Dann ziehen wir mal das eine Zimmer dahin um oder dann stellen wir irgendwelche Dinge um und ich glaube, dass das geistlich genauso ist, dass du einfach probier, einfach was aus. Es gibt nicht die richtige Lösung. Nehmt euch das Abendmahlbuch von Leo und Susanna und sagt als Ehepaar, gehen wir einfach jetzt die nächsten 30 oder 31, wie viele Tage das sind, durch dieses Buch, durchlesen das Kapitel, nehmen zusammen zum Beispiel das Abendmahl oder was wir eine Zeit lang gemacht haben, ist, dass wir uns morgens getroffen haben, als unser Sohn aus dem Haus war und nicht uns ausgetauscht haben über den Tag, sondern wir haben gleich zusammen gebetet und in dem Moment, wo ich gebetet habe und ich mit Gott geredet habe, hat der Tobi so viel über das mitgekriegt, was mich gerade beschäftigt und was mich für den Tag beschäftigt und er hat automatisch, wie mitgehört, aber es war ein Austausch zu dritt. Das ist einfach ganz wichtig. Das ist, wir haben so einen Schatz, das ist unser Trauvers, in Prediger steht der, dass zwei, einer mag überwältigt werden, zwei können widerstehen, aber eine dreifache Schnur reißt nicht in zwei. Und eine dreifache Schnur heißt, du, dein Partner, deine Partnerin und Gott. und das ist unbezahlbar, wirklich gemeinsam die Zeiten zu nutzen oder diese Worship-Songs auszuprobieren. Also wir lieben es ja auch, uns mit anderen Paaren auszutauschen. Wie macht ihr das? Was sind eure Learnings? Auch bei Amore Experience, weil du es vorhin gesagt hast, letztes Jahr haben die Biggers eine Session gemacht, nur darüber, wie sie als Ehepaar beten. Und es ist unglaublich, was sie für sie geerrungen haben, dadurch, dass sie beten und da gibt es kein Richtig und Falsch. Ich glaube, man muss es sich einfach entscheiden und dann durchziehen. Und dann, vielleicht bist du auch diejenige, ich war eine Zeit lang sehr frustriert, weil ich das Gefühl hatte, ich bin immer diejenige, die sagen, wollen wir heute noch Abend mal nehmen? Wollen wir heute noch Abend mal nehmen? Ich habe mich gefühlt wie so eine Schallplatte, die hängt und habe dann irgendwann wieder, das meinst du dann wahrscheinlich mit Atombombe, gedacht, kannst du dich vielleicht auch mal darum kümmern, ist dir das überhaupt wichtig? Es scheint mir, als wäre dir das und so weiter. Wenn es dir wirklich wichtig wäre, dann würdest du dich auch mal daran erinnern. Ja, gut. Nee, ich erinnere mich einfach nicht dran. Das ist halt einfach, wie es ist. Ja, deswegen verhalte du dich einfach so, wie du dir wünschst, dass dein Ehepartner sich verhält. Ja, Buchtipps. Ich würde bei Konflikte, das BAM-Buch, das wir geschrieben haben, einen guten Tipp und das andere von Manfred Engling habe ich vergessen, wie es heißt. Gibt es immer Humore-Experience zu kaufen, deswegen, ich weiß es nicht. Das weiß ich nicht. Es gibt auch noch viele mehr, gut Bücher. Aber ich finde das, keine Angst vor Konflikten, ist eben egal, in welcher Beziehungsebene ich es mache, ob Single, Beziehung, ich will konfliktfähig werden. Und das ist übrigens eines der wichtigsten Dinge, auch für eine erfüllte Sexualität, konfliktfähig und kommunikationsfähig zu sein. Hammer. Frauke, Tobi, vielen Dank für eure Zeit, für eure Antworten. Hammer. Es ist so enorm, was man von euch lernen kann in allen Lebensbereichen. Ihr werdet uns jetzt noch mit reinnehmen in eine praktische Übung. Ja. Wir wollen mit euch eine Gebetsübung machen zum Abschluss und zwar, um zu zeigen, dass es egal welcher Beziehungsstand, es sich Prinzipien anwenden kann. Zum Beispiel kann ich mir in meiner Ehe so fühlen, als wäre so die Liebe weg, als wäre so die erste Liebe weg. Ich kann mich in meiner Gottesbeziehung so fühlen, als wäre die erste Liebe weg und das Feuer weg und die Leidenschaft weg. Und ich kann mich auch in einer Freundschaft so fühlen, dass so die Nähe weg ist und wir uns gar nicht mehr so spüren. Das heißt, die erste Liebe kann in jeder Beziehung weggehen. In jeder Beziehung können wir lernen, mit Gottes Hilfe sie einfach wiederzuholen, weil der Vorschlag von Gott ist revolutionär, aber auch einfach. Das Feedback von Jesus an der Gemeinde, dass er die erste Liebe verlassen hat, gibt er ihnen zwei Tipps und die sind revolutionär. Kehr um und tu die ersten Werke. Was heißt das? Umkehren heißt, ich sage, Jesus, es tut mir leid, mein Herz ist zu. Ich bin nicht voller Leidenschaft meinem Partner gegenüber, ich bin eher zu, ich bin zurückgezogen, ich habe Mauern gebaut, ich kehre um, es tut mir leid, ich gehe ans Kreuz, ich gehe mit allen an das Kreuz oder in der Freundschaft. Es tut mir leid, dass ich die Schleifen gelassen habe, es tut mir leid, dass ich das nicht investiert habe, es tut mir leid, dass ich keine Priorität gemacht habe oder bei Gott. Jesus, es tut mir leid, dass ich alles andere wichtiger finde als dich, dass ich im Alltag gar keinen Raum finde für dich, dass ich Sorgen des Alltags, irgendwie, ich kehre einfach um am Kreuz. Und dann gibt es einen revolutionären Tipp, tu die ersten Werke und nicht fühl die ersten Werke. Das ist der einzige Unterschied. Da steht nicht, tu, was du fühlst. Da steht nicht, und wenn du die Wahrheit fühlst, willst du dich freimachen. Da steht, die Wahrheit wird dich freimachen, ganz einfach. Tu die ersten Werke heißt, es ist ganz, 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 ganz simpel. Wenn du in einer Beziehung bist, frag den Heiligen Geist, was habe ich in der Verliebtheitsphase gemacht und dann tu einfach das wieder. Kauf die Kuchen, schreib den Brief, kauf den Blumen, meine ich nicht Kuchen, kauf, gib ihr einen Kuss, nimm sie in den Arm, aber warte nicht auf Gefühle. Tu die ersten Werke. Wenn der Heilige Geist sich eine Freundschaft wieder markiert, investiere einfach, und nicht, weil du Bock hast, sondern weil du sagst, ich kehre um und ich tue es. Bei Jesus, ich kehre um und ich mache es einfach wieder. Ich entscheide mich, morgen die Bibel aufzuschlagen. Ich fühle mich gar nicht so. Ich schlage einfach die Bibel auf und lese sie. Und Gefühle kommen immer wieder. Verliebt sein ist mit Gottes Hilfe keine Kunst. Das Einzige, was wir tun müssen, umkehren und die ersten Werke tun. Deswegen will ich jetzt beten, dass der Heilige Geist dir das entweder auf deine Beziehung zeigt oder auf die Gottesbeziehung, er wird jetzt entscheiden, was für dich wichtig ist, oder auf eine Freundschaft. Okay? Und dann wollen wir darauf reagieren. Heiliger Geist, ich danke, dass du uns eine Stille uns zeigst, in welchen Beziehungen wir die erste Liebe verlassen haben. Dass du uns zeigst, wo es mit dir so ist oder unserem Partner oder Freundin oder der Church oder dem Team oder der Small Group. Fühlt uns jetzt an eine Situation hin, die du uns zeigen möchtest. Das Video ist vorbei. Wir hoffen, es hat dich inspiriert und weitergebracht. Lass doch gerne ein Like und ein Abo da und aktivier die Glocke, so wirst du nichts mehr verpassen. Uns würdest du riesig freuen, dich auch persönlich kennenzulernen. Darum komm doch mal sonntags in einem von unseren Standorten vorbei und besuch eine Celebration. Wenn du uns finanziell unterstützen möchtest, findest du hier den QR-Code, wo du sehr gerne was geben kannst. Wenn du heute dein Leben Jesus gegeben hast, dann würden wir uns so freuen, wenn wir das mit dir feiern können. Darum trag das gerne unten im Kontaktformular in der Videobeschreibung ein und so werden wir uns bei dir melden und dir auch noch ein Geschenk zukommen lassen. Stöber doch gerne noch weiter durch unsere Mediathek. Wir haben so viele tolle und inspirierende Videos und uns freut es, dich dann demnächst wieder dabei zu haben. Ciao und bis zum nächsten Mal.